In der Vorbereitung ein Team. Auftragspiel für den Tabellendritten der Vorsaison in der Allianz Frauenbundesliga. Auftragspiel für den Tabellendritten in der Allianz Frauenbundesliga der Vorsaison. Turbine Potsdam. Heimspiel gegen den FF USV Jena, der Neunter geworden ist. In der Vorsaison den Klassenerhalt erneut als Saisonziel ausgegeben hat. Und sieben neue Spielerinnen integrieren muss. Anders Turbine Potsdam. Nur wenige Neuzugänge. Die Mannschaft ist zusammengeblieben und will natürlich Wolfsburg und Bayern in dieser Saison angreifen. Elfte Minute. Erster Schuss. Amanda Ilestet. Neuzugang vom FC Rosengart. Die Schweden spielte in der Innenverteidigung. Nach dem Freistoß von Svenja Huth kommt sie da an den Ball. Lenkt die Kugel aber neben den Pfosten. Justine Odeur, die Torfrau des USV Jena, muss nicht eingreifen. 37. Minute. Nächste Standardsituation für Potsdam. Wieder ist es Svenja Huth. Der wird gefährlich. Odeur pariert und fällt dann ganz, ganz blöd auf die linke Schulter. Verletzt sich und muss ausgewechselt werden. Keine Gegenspielerin dran. Einfach ungünstig gelandet. Und Estina Johannes kam zu ihrem Bundesliga-Debüt. Die 17-Jährige bei der U17-M in diesem Jahr in Tschechien. Europameisterin mit Deutschlands. Kurz vor der Pause. Aufbaupass Ilestet auf Svenja Huth. Und die sieht dann die aufgerückte Außenverteidigerin. Bianca Schmidt. 1-0 Turbine Potsdam. Manchmal spielte es Turbine einfach zu kompliziert. In dem Fall alles richtig gemacht. Über wenige Stationen. Über Ilestet und Huth auch mit. Und die sorgt für die 1-0 Pausenführung. Zweite Halbzeit. Super Start für Turbine Potsdam. Und das ist Tabea Kemmel. Zehn Tore in der Vorsaison. Die junge Gina Schmelinski. Raus auf Svenja Huth. Und es steht 2-0. Schön vorbereitet von Schmelinski. Auch die ist jung. 17 Jahre. Macht erst ihr zweites Bundesligaspiel. Und Huth ganz konzentriert und cool im Abschluss. Auf der anderen Seite Standardsituation. Jena kam eher über den Kampf. Und arbeitet auch hier gut. Hält sich zu kurzen Kopfballabwehr. Und dann kommt Caroline Heinze. Und macht das 1-2. Was für ein Traumtor in ihrem 87. Bundesligaspiel. Der allererste Treffer. Und was für einer. Klar zu kurz die Kopfballabwehr von Elsig. Aber schön getroffen mit dem Außenriss ins Kreuzeck. 2-1 also nur noch für Potsdam. Aber die drückten dann aufs Tempo. Tabea Kemmel an den Pfosten. Laufstark, kombinationsstark. Und auch immer wieder mit Offensivaktionen. Tabea Kemmel hier. Hätte auch Stina Johannes keine Chance gehabt. Der Schuss an den Pfosten. 86. Minute. Wieder im Aufbau von Deutschland. Potsdam. Die angewechselte Nina Ehegötz. Und Sven Jahout mit dem 3-1. Zweiter Treffer für sie. Ein Haken. Und dann kriegt Jana Sidlatschkowa. Diesen Schuss zwischen den Beinen durch. Hinten raus entschied Turbine Potsdam dieses Spiel. Weil man einfach mehr Kraft hatte und spielerisch stärker war. Sven Jahout, die drehte auf. Die war überragend mit dem Pass auf die eingewechselte Anna Gaspar. 4-1. Und zwei Tore von Sven Jahout und zwei Vorlagen an allen vier Buden. Direkt beteiligt. Hinten raus standesgemäß dieser 4-1-Auftaktion für Tumene Potsdam. Und bei zwei Treffern und zwei Vorlagen war klar. Sven Jahout hat den Hut auf. Sven Jahout. Sven Jahout.